so da sind wir beim nächsten opening booster und ich hatte euch ja mal zum beispiel diese draft kids gezeigt und auch diese 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 jumpstart kids die ich irgendwie bei gamestop ich glaube gamestop war es geholt habe und die waren ganz cool und jetzt hat ein lieber abonnent des channels vielen dank mal dafür mir ein paar sachen zu kommen lassen unter anderem das hier brothers war set pack in der sequitur aufmachung ich habe literally keine ahnung wo das herkommt es ist also man sieht was drin ist sind drei set booster die werden auch gleich öffnen aber ich habe keine ahnung wo das herkommt made in belgium das heißt ja es ist irgendwas mit ticket layers sieht auch nach sequitur verpacken aus wenn ihr wisst wo das herkommt könnt ihr das gerne mal in die kommentare schreiben weil ich würde das ganz gerne wissen ich finde dieses setpack war brothers war sehr cool ich vermute mal das war so ein gibt 500 euro auf sequitur aus und bekommst booster dazu oder sowas und ja gucken wir mal rein was wir haben wir haben erst mal eine viel zu große verpackung warum auch immer dann haben wir drei set booster gucken uns die mal an set booster wie immer noch die meiner meinung nach superior booster immer noch besser als draft oder epilog booster und ja gucken wir mal rein was wir haben nicht so mein lieblings set was einfach daran liegt dass ich finde das sehr coole karten hat aber nur sehr hübsch sehr hübsch ein wald dann aschnauts intervention ein mana instant kreaturkrieg plus zwei plus null und wenn diese kreatur stirbt exil sie vom feld und bringen sie wieder ins spiel strong wir wollen den walds tappen opfern wir durchsuchen direkt am standardland bringt es getappt ins spiel auch sehr sehr cool boring razermore drei mana 4 2 wenn er stirbt millen wir vier karten okay trench stalker fünf mana 4 5 solange man zwei oder mehr karten in den zug gespielt hat sie gezogen hat kriegt man death touch und lifelink nicht schlecht dran dreams of steel and oil ein mana sorcery wir gegner wir zeigt seine hand vor wir können artefakt oder kreatur gerade davon aussuchen und sie in friedhof legen nee wir suchen eine karte von der hand aus und eine aus dem friedhof und wir exilien beide karten was was sind denn heutzutage für diskart spells unterwegs was ist das denn evangel of synthesis zwei mana zwei drei wenn er in triff kommt ziehen wir eine karte werfen eine karte ab und solange wir zwei oder mehr karten gezogen haben kriegt er plus als nun menace discipline auf geeks sechs mana vier vier wenn er in triff kommt suchen wir uns ein karte deck nach drei anfang karten aus und links in friedhof trance mogel artefakt alter drei mana für ein schwarzes tappen opfer der kreatur kriegen drei farblose mana für zwei mana tappen opfer der kreatur kriegenden 3 3 zombie dann haben wir ein semblance anvil drei mana in print wenn der spiel bekommt extrem in der nonland karte von der hand und spells die die typ wie dieser karte haben kosten zwei mana weniger geeks ist command fünf mona sorcery wir suchen uns zwei aus entweder legen wir zwei bis eins marken auf kreaturen sie kriegen lifelink bis zum ende des zuges wir zerstören jede kreatur mit stärke zwei oder weniger wir bringen zwei kreaturen auf die hand oder jeder gegner opferte kreatur mit den höchsten stärken okay dann haben wir ein blistering bolt in foil zwei mana vier schaden kreatur oder planeswalker wenn die kreatur oder planeswalker stirbt exzielen mit diese und wir haben ein thron war machine vier mana 455 mit echo und der muss jeder und angreifen wenn möglich echo großartige fähigkeit nicht gucken wir mal weiter was wir so haben wie immer bei so set boos dann ich finde hinten ist ein bisschen schade dass man direkt sieht ob eine karte von liste hat aber ansonsten finde ich die eigentlich ganz gut mit peri meter control 333 immer wenn alle faktor unter uns kontakt spielen können wir platz 0 bis zum ende des zuges es ist so viel text auf diesen karten es ist wahnsinn faller archäologist 203 wenn er spiel verkommt mit drei karten dann können wir nicht kreaturen nicht land karte davon auf die hand nehmen wenn wir es nicht machen kriegt den plus 1 1 marke kurate 2 mann aus der welt 2 drawcard nicht schlecht aber ist das nicht minsk es ist nicht minsk sky fisher spider ein grünes ein schwarzes zwei farblose 33 reach wenn sie spielwerk kommt können wir unser deck nach können wir eine andere kreatur opfern wenn wir das tun zu stemmen online permanent und immer wenn die stirbt kriegen wir ein leben für jede kreatur die in unserem friedhof ist wenn wir das tun und wir die exil okay dann haben wir eine ratte einmal eine 1 1 wenn die spiel bekommt mit ein spieler zwei karten wenn die stirbt kriegt eine kreatur mit des einzelnes 1 okay war nicht so strong junkyard genius drama 2 2 wenn ein spiel verkommt kremien power stone power stone drei mann wir opfern eine kreatur in artefakt und eine kreatur kriegt andere kreaturen kriegt plus 1 von menace power stone ich muss immer noch an die serie aus den 80ern denken großartig arabust engineer drama 2 2 wenn sie spiel verkommt suchen wir uns eins aus wir fügen einen schaden um das spiel zu wir legen plus 1 1 marke auf eine kreatur sie kriegt trampel eile oder wir kriegen einen power stone wieviel text wollt ihr auf euren karten haben ja battery bira vier mana drei vier kreaturen die wir haben haben tappen für farbloses kann nur für nicht artefakt spells benutzten kann nicht für nicht artefakt spells benutzt werden und immer wenn man ein artefakt spell mit mana kosten sechs oder höher macht sie mit einer karte haben wir in ivory tower gut old days ein manner artefakt zu beginn des abgiebs kriegen wir x leben wobei x die anzahl an handkarten minus 4 ist dann haben wir torskia dickside mentor vier mana vier drei andere kreaturen die wir kontrollieren haben wassamkeit und tappen bis zur welt 1 und für zwei blaue zwei weiße zwei grüne zwei farblose können wir die exilen aus dem friedhof und können im liebigen anzahl an fakt kreaturen mit mana value von 10 oder wenig aus dem friedhof ins spiel bringen das ist nicht strong dann haben wir ein power stone engineer 202 1 wenn er stirbt creme in power stone und welcome to arena ja arena auch nicht so mein favorite aber was ich tatsächlich immer zugute halten muss ist tatsächlich der artefakt slot dieser artefakt slot ist so cool und dasselbe haben sie ja schon gemacht mit strixhaven dasselbe haben sie gemacht danach mit marsch of the machine und ich muss sagen ich finde es großartig dass die das machen weil diese art von umgang mit reprints finde ich wirklich gut die einfach einfach random oben drauf so kannst du random eine coole karte mit drin haben das finde ich nice dann haben wir coastal bulwark 2.1 3 defender kriegt plus 2 bis 0 solange wir eine insel kontrollieren 2.1 ist eine wall giant grove immer noch eine karte wow ein mana eine kreaturie plus 3 bis 3 bis wenn es zu ist man sieht so ein bisschen dieses non fire design fire design vision 2 mana 2 2 phalanx vanguard wachsamkeit immer wenn eine artefakt kreatur die unter eurer kontroll des spiel kommt kriegt die plus 1 bis 0 bis bei des zuges das passt weder mit artwork noch mit irgendwas zusammen egal tomorrow corner guard 2 mana 3 1 ward 2 ist ja mittlerweile auch angekommen als evergreen karte dementsprechend lese es nicht mehr vor wie fliegen oder wachsamkeit oder lifeling 6 mana sorcery the fall of crook wir wählen einen gegner aus dieser gegner zerstörten land also wir zerstören land von dem gegner und dann fügen wir drei schaden an jedem spieler mit einem spieler zu und einschaden jeder kreatur dieses spieler kontrolliert go to the throat sehr sehr coole karte 2 mana instellen wir zerstören nicht einfach kreatur auch hier non feuer die zeit früher gewesen auch hier non feuer die sein obstinate ball auf 4 mana 4 4 wenn er ein spiel bekommt kriegen wir viel leben und wenn spell oder eine billete kontrolliert dafür sorgt dass wir den abwerfen bringen wir den spiel lehran auf der welt zum beispiel sah die an cliff stumper 2 mana 04 solange wir fünf oder wir mountains kontrollieren kriegt ja plus 6 plus 0 über x der anzahl an mountains ist also mindestens fünf da die vier oder mehr okay und wir haben ein journey sky ich liebe diese karte ich habe sie super lange im commander gespielt zwei mana artifact drei mana tappen wir dich so direkt am stall land nimmst du auf die hand mega karte im commander mega karte man weiß nicht woher mit seinem mana sucht man sich noch im basic land raus man hat den auf der hand zwei länder okay zwei länder bis dahin bis das dritte land ziehen ab dann hast du kein mana problem mehr und rams die ganze zeit durch hammer mega karte und wir haben eine might stone and weak stone zwei mana wenn er ins spiel bekommt ziehen wir zwei karten geben der kreta minus fünf minus fünf oder eden zwei farblose mana also tappen älten zwei farblose mana können wir nur für nicht artefakt spiel kann kann nur für artefakt spiel benutzt werden und ja wir können wir zwei karten ziehen oder minus fünf geben und auf der rückseite ist das ein teil von usa mit haufenweise effekten und wir haben eine voll retrieval agent die ist ganz cool die werde ich im painter spielen viermal 252 man kriegt die plus eins minus eins ja soviel zu diesem komischen weirden brothers war pack set pack whatever ich hoffe ihr habt spaß wenn ja könnt ihr im video gerne einen daumen nach oben da lassen nochmal vielen dank dafür dass ich das hier aufmachen darf und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin auf Patreon abdeckseht ciao ciao